In diesem Video sage ich dir, wo es aktuell relativ hohe Zinsen gibt, die nahezu risikofrei sind und ich sage dir auch, wo ich persönlich dieses kurzfristig verfügbares Geld, also Tagesgeld, investiert habe. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen bei Finanzimpuls. Ich bin Alex und nochmal ganz, ganz wichtig vorab einige Kriterien, was mir wichtig war klarzustellen, wo ich kurzfristiges Geld investiere und auch nur und ausschließlich investieren würde. Also es ist erstmal ganz wichtig, dass diese Investition extrem risikoarm ist, sodass man quasi von einem risikolosen Investment sprechen kann. Auch wenn das Risiko quasi nie null ist, das sollte auch klar sein. Innerhalb von ein bis drei Bankarbeitstagen sollte jede Anlage aufgelöst und auszahlbar sein. Also auf ein Bankkonto meiner Wahl überwiesen werden können. Was auch noch wichtig ist, ist, dass diese Einlagen keiner Schwankungen unterliegen sollten. Das heißt, diese sollten entweder nicht vorhanden oder kaum bemerkbar sein. Die Möglichkeit Nummer eins, die ist offensichtlich und auch aktuell relativ bekannt. Das sind einfach Tagesgeldkonten bei Banken. Da gibt es mitunter wieder richtig Zinsen drauf. Die DKB habe ich ausgewählt, weil ich dort auch persönlich bin, schon seit längerer Zeit, seit Jahren. Bei der DKB erhalte ich 3,5 Prozent Zinsen auf mein Tagesgeldkonto. Es gibt quasi keine Bedingungen. Es gibt keine Mindesteinlage oder Höchsteinlage, soweit ich das gesehen habe. Es ist eine deutsche renommierte Bank, die es schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Und es gibt dann natürlich auch die Einlagensicherung von 100.000 Euro. Grundsätzlich ist auch dazu zu sagen, wenn du Geld auf Tagesgeldkonten lagerst, achte auf diese 100.000 Euro Grenze. Denn wenn die Bank mal pleite gehen sollte, dann ist dieses Geld, was diese 100.000 Euro übersteigen würde, in der Regel nicht abgesichert durch die Einlagensicherung in Deutschland. Was bei deutschen Tagesgeldkonten oft der Fall ist, dass man gleichzeitig auch ein Girokonto bei der gleichen Bank haben muss. Das habe ich auch bei der DKB, das muss man auch dort haben. Und dann kann man in Echtzeit quasi vom Girokonto auf das Tagesgeldkonto und umgedreht wieder überweisen. Wenn das Girokonto bei der DKB wie bei mir dein Gehaltskonto ist, dann ist das hervorragend für kurzfristige Anlagen, dort einfach mal kurz irgendwie 2.000, 3.000 Euro zu parken. Und innerhalb, auch am Sonntag, innerhalb von einer Sekunde oder zwei Sekunden ist das Geld wieder auf deinem Girokonto. Das habe ich schon ausprobiert, das funktioniert sehr gut. Wichtig ist auch noch, das Girokonto bei der DKB ist ab 700 Euro monatlicher Geldeingang. So ist das definiert. Oder für Menschen unter 28 Jahre kostenlos. Ansonsten kostet das 4,50 Euro im Monat. Das heißt, wenn du das mit den Zinsen mal gegenrechnen würdest, musstest du mindestens 1.542 Euro als Einlage auf dem Tagesgeldkonto belassen für ein Jahr. Damit du bei 0 Euro Kontoführungsgebühren bist, weil quasi sich das dann wieder ausgleicht. Ich habe dort auf jeden Fall mein Gehaltskonto, mein privates. Und ich habe dort, ja, kurzfristig so um die 2.000 Euro häufig geparkt. Und bei der DKB kann ich nur sagen, dass alles bisher sehr zuverlässig geklappt hat. Was ich nicht so gut finde, dass diese Ausschüttung der Zinsen nur einmal pro Quartal passiert. Das heißt, der Zinseszinseffekt ist nicht so hoch. Und du hast halt nicht direkt diesen Zufluss zum Beispiel monatlich. Das finde ich persönlich nicht ganz so gut. Link zur DKB und zu allen anderen Banken und Anbietern habe ich dir auch in die Beschreibung unten reingepackt. Dann gibt es noch die C24 Bank. Die hat ein ähnliches Angebot wie die DKB. Nennt sich Tagesgeld Pocket bei denen. Die C24 Bank gehört zu Check24. Und es gibt bei C24 sogar 4 Prozent. Also nochmal halber Prozent mehr auf das Tagesgeld bis zu 100.000 Euro. Und was aktuell sehr, sehr schön ist, es gibt dort auch 2 Prozent auf dem normalen Girokonto bis zur Höhe von 50.000 Euro. Das ist aktuell das beste Angebot, was ich finden konnte für sehr kurzfristige Anlagen. Und aktuell ist das gesamte Angebot auch kostenlos. Und wie ich finde aktuell, wenn man alle Anbieter aktuell mal vergleicht, ist es das beste Angebot, was ich finden konnte. Alle Konditionen, alle Kosten und die Zinsen das beste Angebot, was ich aktuell gesehen habe. Man weiß aber nicht, wie es weitergeht. Vielleicht ändert sich dann irgendwann das auch nochmal bei der C24 Bank. Wenn die Kosten dann doch vielleicht zu hoch sind, da muss man mal abwarten, wie das weitergeht. Das gab es schon immer wieder in der Vergangenheit, dass sehr günstige, relativ neue Banken das Angebot dann irgendwann mal zurückgefahren haben. Die zweite Kategorie, der dritte Anbieter, ist fast, man kann es sich vorstellen, Trade-to-Public. Ab dem 1.10. gibt es dann 4 Prozent Zinsen. Diese werden monatlich ausgezahlt, was sehr, sehr gut ist. Man kann sogar aktuell in dieser neuen App, dazu gleich noch ein paar Worte mehr, wirklich einsehen, wie viele Zinsen im aktuellen Monat angelaufen sind. Auf täglicher Basis, das ist ziemlich spannend. Du kriegst aber nur auf die ersten 50.000 Euro diese 4 Prozent Zinsen bis zu 100.000 Euro Einlagensicherung pro Verrechnungskonto bei Trade Republic. So gibt es Trade Republic an. Also das Angebot ist sogar noch etwas schlechter als bei der C24 Bank. Bis 50.000 Euro das Gleiche, aber bis 100.000 Euro wäre die C24 Bank wieder der bessere Anbieter, weil du halt auch auf 80.000 Euro zum Beispiel die vollen 4 Prozent bekommen würdest. Ein- und Auszahlungen, je nachdem, wo dein Verrechnungskonto verwahrt wird, da gibt es unterschiedliche Anbieter bei Trade Republic, kann es etwas dauern, bis Einzahlungen eingehen oder Auszahlungen ausgezahlt werden. Da habe ich auch bessere und schlechtere Erfahrungen gelesen. Bei mir dauert das immer ein bis zwei Bankarbeitstage, oft auch zwei Bankarbeitstage, was heutzutage schon relativ lang ist. Und die neue Trade Republic App, die wird extrem stark kritisiert. Dazu hatte ich auch ein ausführliches Video und Tutorial erstellt. Ist das letzte Video hier auf diesem Kanal auch gewesen. Und das ist echt nicht gut angekommen, wenn du dir die Bewertungen in dem App Store zum Beispiel auf deinem iPhone anguckst. Also fast nur ein Sterne Bewertung. Da hat Trade Republic sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Trotzdem sind 4% Zinsen für ein quasi Girokonto, Verrechnungskonto aktuell ein sehr hoher Zinsrahmen bis 50.000 Euro. Daher ein gutes Angebot. Und jetzt wird es nochmal richtig spannend und auch so ein bisschen komplizierter. Denn wir haben jetzt quasi die dritte Alternative. Und das ist dann ja der vierte Anbieter, glaube ich. Das ist dann jetzt die kurzfristigen Euro-Zinseinlagen. Kurz E-S-T-R oder E-S-T-R. Also Euro-Zeichen dann S-T-R. Das ist der Euro-Zinssatz auf kurzfristige Geldanlagen. Durch Geldmarkt-ETFs kannst du vom aktuellen kurzfristigen Zins des Euros oder des Euro-Raums, sage ich jetzt mal, einfach profitieren. Hier gibt es keine Grenzen nach oben, ist also auch für sehr große Vermögen und relativ kurzfristig auch sinnvoll. Große Vermögen heißt, also C24 hatten wir ja Einlagensicherung 100.000 Euro. Und wenn du darüber hinausgehst, hast du halt relativ wenig Sicherheit, wer die Bank pleite gehen sollte. Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und hier kannst du zum Beispiel in diesen Geldmarkt-ETFs auch mal 1, 2, 10-Millionen mal 100-Millionen parken. Das machen auch die sehr, sehr Reichen mit ihrem Vermögen, dass die in solche Dinge kurzfristig investieren. Ich nutze dafür persönlich den X-Trackers 2 Euro Overnight Rate Swap ETF WKN DBX 0AN. Habe ich dir auch alles in der Beschreibung verlinkt. Dieser ETF kostet 0,1%, laufende Kosten pro Jahr. Das heißt, von diesem Zins musst du einfach nur nochmal 0,1% dann abziehen. Der Spread, ganz, ganz wichtig, darauf achten, der ist nur bei 0,01%. Also pro Kauf und Verkauf hast du 0,01%, wenn du dieses Produkt zwischen 12 und 14 Uhr kaufst oder verkaufst. Also hier musst du echt streng auf die Handelszeiten achten. Gerade nachbürstlich sind diese Spreads dort sehr, sehr hoch bei diesem Produkt. Den ETF gibt es auch zum Beispiel bei Finanzen.net Zero, Scalable Capital und Trade Republic. Also bei allen größeren Brokern gibt es dieses Produkt. Hast du da ein Depot, kannst du das auch jetzt schon nutzen ohne großen Aufwand. Auch hier alle Anbieter sind unten in der Beschreibung verlinkt. Ich habe bei Finanzen.net Zero ungefähr 2.350 Euro geparkt, bin dort 13,09 Euro im Plus. Bei Scalable Capital habe ich 968 Euro geparkt, aber erst seit kurzem bin ich mit 2,33 Euro im Plus. Auch bei Finanzen.net Zero habe ich das noch gar nicht so lange investiert. Und ja, das ist einfach Geld, was ja liquide dort rumliegen soll. Und anstatt keine Zinsen zu bekommen, bekomme ich die halt. Wie hoch die sind, sage ich gleich dann noch. Ganz, ganz wichtig ist, such mal nach diesem ETF in deinem Depot und dann guck dir mal den Chart an. Und dann wirst du sehen, dass eine Volatilität kaum vorhanden ist. Und dieser Chart geht aktuell wirklich fließend nach oben und es ist mit dem ESTA-Zinssatz ja gekoppelt und du musst nur diese 0,1 Prozent an Kosten abziehen. Der ESTA-Zinssatz liegt aktuell bei 3,901 Prozent. Daten sind vom 5. Oktober 2023. Du erhältst also aktuell ungefähr 3,9 Prozent Zinsen. 0,1 Prozent Kosten musst du abziehen. Bist du bei 3,8 Prozent Rendite nach Kosten. Der Spread ist noch ganz klein, aber der ist wirklich sehr, sehr klein. 3,8 Prozent Zinsen, der Höhe nach nicht begrenzt, relativ sichere Investitionen, nahezu schwankungsfrei. Wichtig ist, auf täglicher Basis wird das Ganze ausgezahlt, die Zinsen. Das ist sehr positiv für den Zinseszinseffekt. Das heißt, hast du investiert, bekommst du jeden Tag, je nach Größe zum Beispiel 10 Cent. Werden auch diese 10 Cent dann am nächsten Tag wieder verzinst und am darauffolgenden Tag dann halt 20 Cent und so weiter. Das heißt, dieser Zinseszinseffekt haut da richtig rein. Du kannst wirklich beobachten, wie deine Geldposition auf täglicher Basis wächst. Finde ich persönlich sehr interessant. Sehr sinnvoll bei Beträgen über 100.000 Euro, hatte ich schon gesagt. Diese Investition ist zum Beispiel sehr sinnvoll bei höheren Beträgen über 100.000 Euro. Oder wenn dein Geld aus welchen Gründen auch immer jetzt weniger als 3,8 Prozent verzinst ist, dann kannst du diese Möglichkeit auf jeden Fall dir mal überlegen. Gerade bei Scalable Capital, wenn du nicht diesen Prime Broker hast, wo du dann gar keine Zinsen bekommst, dann könnte man kurzfristig mal mit 1.000 Euro oder so dort investiert sein. Das Produkt ist relativ liquide. Achte auf jeden Fall auf die Handelszeiten und den Spread kann ich dir nur empfehlen. Denn wenn du da mal zur falschen Zeit kaufst, kann der Spread mal ein Prozent sein. Und du brauchst du halt ein Quartal, bis das Geld wieder drin ist. Davon würde ich dir auf jeden Fall abraten. Der ETF ist bei Scalable Capital zum Beispiel ab 250 Euro kostenlos handelbar. Da kommt nur noch der Spread drauf. Bei Finanzenpunkten hat das gleiche ab 500 Euro. Das heißt, da hast du im Prinzip, wenn du dann die Handelszeiten, also so um die Mittagszeit rum beachtest, dann hast du quasi nach spätestens einer Woche bist du kostenneutral. Und alles, was du dann noch bekommst an Zinsen, gehört dann dir am Ende selbst. Wie gesagt, alle Links zu allen Anbietern in der Beschreibung dann sind sie zu finden. Viele Banken haben Zinslaufzeiten befristet. Das heißt, man bekommt nur zum Beispiel bis zum 31.12.2023 3,5 oder auch 4 Prozent Zinsen. Oder werden diese bei einer Senkung der EZB-Leitzinsen wieder anpassen. Darauf solltest du auf jeden Fall achten, dass dieses Angebot temporär ist. Solange aber die Zinsen im Euroraum hoch bleiben, ist einfach davon auszugehen, dass wir als Kunden von diesem hohen Zins profitieren können, da die Banken dieses Geld hier einlagern können bei der EZB und dort tatsächlich auch Zinsen für halten und das refinanzieren können. Es gibt aber noch ein Problem. Der Zins liegt noch immer unter der aktuellen Inflation von ungefähr 4,5 Prozent im September 23. Nicht nur ungefähr, sondern das war sogar die Zahl. Trotzdem kann man somit sehr einfach Möglichkeiten die persönliche Inflation dann im Vergleich zum Bargeld oder Geld auf dem Girokonto, wo du in der Regel ja keine Zinsen hast, reduzieren. Dies funktioniert jetzt sogar besser als noch vor zwei Jahren. Man hatte zum Beispiel vor zwei Jahren zwar nur eine Inflation von ungefähr 2 Prozent, dafür aber keine oder kaum eine Möglichkeit, einen liquisen, risikofreien Zinsen zu bekommen. Also irgendeine Anlagemöglichkeit, die kurzfristig wäre. Das heißt, du hast dort eine Geldentwertung von 2 Prozent immer gehabt. Und wenn du 4,5 Prozent Inflation hast, du bekommst aber auch 4 Prozent Zinsen, ist deine Geldentwertung real nur bei 0,5 Prozent im Durchschnitt. Persönliche Inflation kann natürlich noch anders sein. Und deswegen ist das aktuell nicht die schlechteste Möglichkeit, kurzfristig verfügbares Geld dort zu investieren. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch noch, Anleihen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen habe ich ganz bewusst in diesem Video nicht genannt. Denn diese sind weder risikofrei noch schwankungsarm, insbesondere Kursschwankungen unterleiden, die auf jeden Fall, also wenn man sich da Anleihen anguckt, im Monatsverlauf, dann hat man oft mal plus minus 2 Prozent, unabhängig vom intrinsischen, laufzeitbegrenzten Zins. Und jetzt bleibt natürlich die Frage noch über am Ende, wo hast du dein kurzfristiges Geld geparkt? Benutzt du dein Girokonto? Hast du vielleicht ein anderes Sparbuch, Sparkonto? Wie viele Zinsen bekommst du bei deiner Bank aktuell? Und was hast du noch vor? Und welche anderen Ideen hast du noch für kurzfristige liquide Investments? Wichtig ist, die Investition muss kurzfristig auszahlbar sein und sie darf nicht volatil sein. Also es dürfen keine Schwankungen, sage ich mal, im ein, zwei Monatsverlauf großartig auftreten. Vielleicht hast du ja noch andere Ideen. Ich habe eine Menge recherchiert für dieses Video, aber nur diese Dinge sind dann bei mir letztendlich übrig geblieben. Aber hau mir deine Meinung mal in die Kommentare dazu rein. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall für das freundliche Zusehen. Ich wünsche dir in den nächsten Wochen noch eine wunderbare Rendite. Hinterlass diesem Video auch ein Like und dann bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao! Und dann bis zum nächsten Mal!